Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir etwas im Internet bestellt. Das würde ich gerne heute mit euch anfangen. Hier oben habe ich schon mal reingetrieben. So lange konnte ich dann doch nicht mehr warten, weil es dann doch sehr spannend ist. Alles was ich mir gekauft habe, ist in der Videoschreibung verlinkt von dem dne. Vielleicht kennt ihr die ein oder anderen von euch Dina, Felix von der Laden, Spielkind Store. Dann wollen wir das erstmal auspacken. Gut, das sind die beiden Sachen. Einmal an. Einmal ein Turmbeutel aus dem Spielkind Store. Der muss mal gemügelt werden, aber sieht ganz fresh aus. Dann haben wir so einen geilen Pulli. Da muss ich sagen, ist es schon geil. So sieht das alles aus. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Also ich habe den Pulli jetzt an. Alter, er fühlt sich so geil an, Leute. Ihr wisst es nicht. Hier, Spielkind. Ähm. Ja Leute, zieht euch das rein. Und nochmal so ein kleines Spielkind Zeichen. Jetzt. Leute. Seht ihr dieses Flauschige hier. Das ist hier drin. In. Also. Hier drin. Ähm. Dieses Video wird nicht irgendwie bezahlt oder so gesponsert. Ich finde diesen Pulli so geil. Ich habe schon mal was bestellt. Das kann ich euch ganz kurz mal zeigen. So. Einmal das Spielkind Schott. Einmal Moment. Dieses Gefährt. Einmal dieses Spielkind. Und eine andere Schrift. Dann haben wir noch das Dann haben wir noch Einmal dieses Sognicht versohische. Dann haben wir noch das Dann haben wir noch diesen sweeten Tonbeutel, der muss mal gebügelt werden, aber zuziehen. So die Farben passen eigentlich auch ganz gut. Wird mal gebügelt, dann ist es fresh. Das hier vielleicht ein bisschen größer sein können. Ist gut, ist okay. Kann man mit leben, ist richtig nice. Nice Sache, dieser Pulli werde ich auf jeden Fall erstmal anlassen. Dann verabschiede ich mich. Das war es dann noch mit diesem Video. Und ja, tschau Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ach, ich habe noch etwas vergessen zu sagen, Leute. Auf jeden Fall, ich habe schon mal Dena getroffen. Hier. Autogramm. Ihr kennt doch vielleicht Api mit Kev. Ist auch ein YouTuber. Da oben ist auch Unterschrift. Dann habe ich noch ein Foto da mit ich, da Dena und da Kev. Und da oben ist das Autogramm, was ich halt bekommen habe. Und ja, mit einer richtig echten Unterschrift. Sieht ganz gut aus. Ja. Und deswegen wollte ich mich einfach nochmal bedanken an Holly Smash Spielkind Store. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.